Ich habe auch noch nicht gehabt, ein Regenschirmkonzert. Ja ihr Lieben, es ist schön wieder hier zu sein und ich habe eben schon zu dem Leon gesagt, also wir freuen uns eigentlich immer drauf. Es ist mittlerweile schon ein bisschen Tradition hier, dass wir hinkommen in den schönsten Stadtteil von Essen. Ja, die anderen kennen wir ja noch nicht. Leute, lassen wir jetzt singen, lassen wir mal hier kommen und wir tun es einfach mal so. Ihr wisst ja, Kölsch trinken können ja alle, aber Kölsch verstehen noch lange. Deswegen jetzt eine kleine Unterrichtstunde unserer Heimandsprache. Fangen wir an mit dem Göstlösch und ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr Halleluja mal laut singt, dass es nicht jetzt weiter regnet. Wenn ihr alle mal in die Hände nach oben tut und rufen mal Halleluja! Halleluja! So hört das doch nicht. Du hast Halleluja gerufen. Halleluja so zusammen. Mach uns alle zusammen so. Halleluja! 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 Alleluia! 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 So, was ist es geworden, Mensch? Musik Musik